Hallo, ich bin Matej und Teil des GetFit-Teams. Heute stelle ich euch eine der vielen Trainingsmöglichkeiten in einem unserer Studios vor. Das Ausdauertraining ist die ideale Art, Gewicht zu verlieren, seine Kondition und Leistungsfähigkeit aufzubauen oder als kurze Einheit vor dem Krafttraining einzusetzen. Damit euch nicht langweilig wird beim Training, sind unsere Geräte mit großen LCD-Touchspielschirmen ausgestattet. Ihr könnt auch auf Netflixen, YouTuben oder ganz gemütlich Musik hören. Ebenfalls ist Fernsehen auch möglich. Neben den klassischen Kardiogeräten wie dem Laufband, dem Stepper, dem Ergometer, haben wir ebenfalls Air- und Spinningbikes sowie den berühmten Stairmaster. Komm heute noch in Bewegung und melde dich gratis für das Probetraining an, inklusive Trainer, falls du möchtest.